Leute, ihr musstet echt lange warten, aber endlich geht die Reise weiter. Wir blicken zurück auf die ersten vier Silent Hill Spiele und heute ist endlich, endlich Silent Hill 3 dran. Und das wird sehr speziell, denn nicht nur in meinen Augen ist dieses Spiel vielleicht gleichzeitig das Beste und das Schlechteste der Reihe. Ich würde sogar sagen, es war der Anfang vom Ende von Silent Hill. Nehmt euch ein bisschen Zeit, wir haben viel zu besprechen. Das nächste dicke Klopper Video steht vor der Tür, vorher heißt es aber, abonnieren geht über inkubieren. Leute, zur Hälfte sind wir durch. Wir haben über Silent Hill 1 gesprochen, über Silent Hill 2 natürlich und jetzt eben Silent Hill 3. Zum guten Abschluss werden wir dann später irgendwann auch nochmal über Silent Hill 4 The Room reden. Aber heute eben reden wir über Silent Hill 3 und das ist nicht nur in meinen Augen, naja, ein sehr spezieller Silent Hill Teil. Also ich für meinen Teil kann sagen, ich habe mich auch so ein bisschen vor diesem Video wieder gedrückt, weil ich dachte, ich kann es zu Silent Hill 3 eigentlich gar nicht so irre viel sagen. Es ist das Spiel aus der gesamten Reihe, zu dem ich persönlich die, naja, schwächste emotionale Verbindung habe. Obwohl es eigentlich total geil ist und alles besser macht als jeder andere Silent Hill Teil. Klingt seltsam, ist auch widersprüchlich, also nehmt euch ein bisschen Zeit, das wird wieder mal ein dickeres Video. Jetzt kommt mein persönlicher Rückblick auf Silent Hill 3. Viel Spaß. Silent Hill 3 ist das Produkt eines Entwicklerteams auf der Höhe seiner Schaffenskraft. Team Silent, die natürlich wieder die Entwicklung übernommen haben, haben die Playstation 2 voll im Griff. Wir schreiben das Jahr 2003, als Silent Hill 3 auf Sonys Konsole erscheint und technisch ist es ein Meilenstein. Rein handwerklich toppt das hier sogar nochmal Silent Hill 2. Und Silent Hill 1 sieht dagegen aus wie ne krude Tech-Demo, die ein bekiffter Programmierer in einer Nacht zusammengedengelt hat. Die Grafik ist imposanter, die Figurenmodelle detaillierter und lebensechter, die Texturen schärfer, die Horroreffekte noch ekliger. Und das hier ist wirklich ungefilterter Horror. Ich möchte sogar sagen Terror, der es ernst meint. Klar, Silent Hill 1 war auch schon unheimlich und Silent Hill 2 hat eine Menge Szenen, die einem die Gänsepelle über die Arme jagen. Aber Silent Hill 3 ist streckenweise so fucking nervenzerfetzend gruselig, dass dieses Spiel eigentlich mit ner Familienpackung Herztabletten hätte ausgeliefert werden müssen. Akira Yamaoka, diesmal auch als Producer dabei, hat wieder mal einen fantastischen Soundtrack abgeliefert. Kein atonales, industrielles Geschepper mehr wie in Teil 1, aber auch nicht mehr so verträumt und körperlos sphärisch wie Teil 2, ist das hier mehr wie ein melodisches, melancholisches Rock-Pop-Album. Irgendwo zwischen Portis Head und den frühen Garbage. Das erste Mal sind sogar Songs mit Gesang dabei und die sind, mit einer Ausnahme, supergeil. Und Silent Hill 3 ist die offizielle Fortsetzung zu Silent Hill 1 und verknüpft alle losen Enden zu einem runden Gesamtbild. James Sunderlands Abstieg in die eigene kranke Psyche war nur ein Zwischenspiel. Jetzt geht die Geschichte von Harry Mason und Cheryl endlich, endlich weiter. Wir erfahren alles, was direkt nach Silent Hill 1 passiert ist, wie die beiden jetzt leben und wie das ganze okkulte Drama sein Ende nimmt. Ja und das alles zusammengenommen klingt doch absolut perfekt, oder? Wie der Traum eines jeden Horrorfans im Allgemeinen und Silent Hill-Fans im Speziellen. Silent Hill 3 müsste der absolute Höhepunkt der Reihe sein, der stolz und schleimig neben den ganz Großen des Genres steht. Stattdessen ist er nahezu vergessen. Wer über Silent Hill redet, redet meistens über die ersten beiden Teile und wird er dann an Teil 3 erinnert, kommt ein, ach ja stimmt, das Sequel, das gab's ja auch. Wie kommt das? Wie kann ein so makellos produziertes, technisch nahezu perfektes, absurd gruseliges Topspiel so wenig Eindruck hinterlassen? Das klären wir in diesem Video. Aber um die Antwort jetzt schon mal vorwegzunehmen, Silent Hill 3 hat einen Kardinalsfehler begangen. Eine Fehleinschätzung von Konami, die sich als fatal erweisen sollte. Es hat uns genau das gegeben, was wir wollten. Beziehungsweise was Konami dachte, was wir wollten. Und das war der Anfang vom Ende. Silent Hill 3 hätte eigentlich sehr anders werden sollen. Laut Masahiro Ito, dem Art Director, sollte Silent Hill 3 ursprünglich, nicht lachen jetzt, ein Action-Spinoff, sogar ein Rail-Shooter werden. Und das war nicht einfach nur eine Schnapsidee, die man schnell wieder verworfen hat. Das Team hat da viel Geld und Zeit reingesteckt, bis irgendjemandem in der Chefetage aufgegangen ist, was für ein schwachsinniges Vorhaben das war. Das erste, was mir aufgefallen ist, als ich Silent Hill 3 für dieses Video nochmal gespielt habe, wie prägend Teil 3 für das gesamte öffentliche Image der Reihe war, das bis heute ganz entscheidend zur Faszination von Silent Hill beigetragen hat. Vor allem die Gestalten mit den zuckenden Köpfen, die man heute reflexartig mit Silent Hill in Verbindung bringt, die tauchen erst hier so richtig auf, vor allem in Gestalt des mysteriösen Ventil-Drehers Valtier. Also Team Silent hat sich ja auch vorher schon vom Horrorfilm-Klassiker Jacob's Leather inspirieren lassen. Aber diesmal erklären sie dem Streifen ihre glühende Liebe. Die zuckenden Köpfe, noch mehr Gitter, noch mehr Blut, noch mehr körperliche Deformation und die U-Bahn-Szene aus Silent Hill 3 könnte man als schamloses Plagiat bezeichnen. Wäre nicht so viel Liebe zum Detail und Respekt vor dem Original zu spüren. Ich hab's ja vorhin schon gesagt, Silent Hill 3 dreht den Terror der ersten beiden Spiele auf elf. Die Monster sind zahlreicher und aggressiver und alter, der Sound! Hier trümmert sich manchmal so ein lautes, infernalisches Kreischen und Hämmern in die Gehörgänge, dass selbst die einstürzenden Neubauten gesagt hätten, boah, Dude, mach mal leiser. Ohne Witz, in manchen Sequenzen musste ich ernsthaft den Ton in meinem Kopfhörer drastisch runterdrehen, sonst wären mir die Löffel weggeflogen. Und ich bin mir bis jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich so gewollt oder doch nur ein technischer Fehler war. Das ist manchmal schon echt krass auffällig. Aber es erinnerte mich an den legendären Film Suspiria. Der hat einen ja auch in den Sitz gepresst, wenn schon in der Anfangsszene der bombastische Soundtrack der italienischen Band Goblin einsetzte. Und auch Silent Hill 3 macht hier keine Gefangenen und erklärt Augen und Ohren von Anfang an den Krieg. Direkt nach Spielstart finden wir uns in einem verlassenen Freizeitpark wieder. Ohne Erklärung, ohne Warnung, alles sieht grauenhaft aus und überall rennen groteske Monster rum. Das sitzt. So beginnt mal ein Spiel mit einem Paukenschlag. Klar, heutzutage würden wir diesen kleinen Taschenspielertrick vermutlich eher durchschauen. Also ich meine, wenn man so brutal ins kalte Wasser geworfen wird in so einem Spiel, dann kann man davon ausgehen, dass das noch nicht das echte Game ist und man hier einmal sterben muss. Und so ist es hier auch. Ist alles nur ein Traum von unserer Hauptfigur Heather. Aber es setzt schon ganz gut den Ton für die nächsten fünf, sechs Stunden. Und dieser Ton ist absoluter Albtraum. Die ersten Spielgebiete sind auch schon unheimlich. Die Shopping Mall, die U-Bahn-Station, der Wohnkomplex. Aber erst wenn wir ins bizarre, dunkle, andere Silent Hill gezogen werden, geht der Spaß so richtig los. In Teil 1 waren es noch Rost und Ketten, in Teil 2 mehr Verfall und Zersetzung und in Silent Hill 3 ist das große Motiv Körperlichkeit. Die Albtraumwelt sieht hier so organisch, blutig, schleimig, pulsierend, krankheitszerfressen und lebendig aus wie in keinem anderen Teil. Das ist in der Story begründet, aber bevor wir auf die zu sprechen kommen, hier die krasseste Szene in Silent Hill 3. Wer es gespielt hat, der weiß, was jetzt kommt. Die hat wirklich jedem eine schlaflose Nacht verschafft. Versprochen. Eine der schlimmsten Sequenzen des Horror-Genres bis heute. Dass die ganze Szene in kompletter Stille beginnt, in die sich dann erst nach und nach so ein Schlürfen, Schmatzen und Schlurpsen mischt, macht alles nur noch schlimmer. Wisst ihr, woran ich denken musste? An eine andere Szene aus einem völlig anderen Spiel, die mir aber ebenso ein mittelschweres Trauma beschert hat. Das Intro aus dem skurrilen Saturn-Ballerspiel Blam! Machine Head aus dem Jahr 1996. In dem passiert nämlich folgendes. Ich weiß nicht, was es ist, die blockigen 90er Jahre Ruckelanimationen oder die Vorstellung, von einem Parasiten übernommen zu werden, der meine Existenz auslöscht und sich in Sekundenschnelle wie ein Pilz über den gesamten Erdball verbreitet. Wie ein kosmischer und zerstörerischer Superkrebs. Oder vielleicht beides. Aber beide Szenen, die aus Blam! und die aus Silent Hill 3, rühren da irgendwie an einer ganz tief sitzenden Urangst. Der Angst vor fremden Organismen, vor Leben, das radikal anders aufgebaut ist als mein eigenes. Vielleicht sogar die Abscheu vor dem eigenen Körper. Ey, ich bin kein Psychologe, aber behaltet diesen Gedanken mal im Hinterkopf. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber bevor wir in die Ebene der Deutung und der metatextuellen Analyse einsteigen. Geil, ne? Metatextuelle Analyse. Wollen wir an dieser Stelle kurz die Story zusammenfassen und die Figuren vorstellen, die in ihr vorkommen. Und damit auch die absolut letzte Spoiler-Warnung. Wer es noch spielen will, 3, 2, 1 vorbei. Also, Heather, unsere Hauptfigur und das Mädchen, das wir durch das Spiel steuern, ist in Wahrheit Cheryl, ist in Wahrheit Alessa. Zumindest zur Hälfte. Das kleine Baby, das Harry Mason am Ende von Silent Hill 1 aus der Hölle gerettet hat. Der religiös verblendete Kult unter der Führung der undurchsichtigen Claudia Wolff macht Heather-Cheryl-Alessa ausfindig, tötet ihren Vater Harry, unseren Helden aus Teil 1, und will, dass Heather-Cheryl-Alessa ihren verdrehten Gott auf die Welt bringt, um das Paradies auf Erden zu errichten. Mal so ganz grob zusammengefasst. Claudia ist eine hochinteressante Gegenspielerin, weil sie nicht so plump eindimensional böse ist, wie es zunächst den Anschein hat. Klar, sie verzehrt am Ende den von Heather hochgewürgten Gottes-Fötus, schiebt ihn sich rein, wie ich mir den Cheeseburger nach einer Saufnacht. Also, die Frau ist ganz eindeutig komplett irre. Aber sie will den Gott von Silent Hill nicht zurück auf die Erde holen, um sich selbst als Alleinherrscherin auf den Thron zu setzen. Sie ist wirklich zutiefst überzeugt davon, dass die Menschheit nur durch das Himmelreich von Silent Hills Gott gerettet werden kann. Sie opfert sich gewissermaßen für die gute Sache und macht sich dabei keinerlei Illusion darüber, dass sie selbst keine Gnade und Barmherzigkeit erfahren wird. In ihren Augen ist sie die tragische Heldin dieser Geschichte, die das Wohl aller über ihr eigenes stellt. Oh, und sie sollte anfangs eigentlich auch ganz anders aussehen, viel exzentrischer und offensichtlich böse. Und zum Glück haben ihr die Designer dann doch einen etwas zurückgenommeneren Look verpasst, bei dem subtile Details erst die Wirkung erzeugen. Sie läuft immer barfuß und sie hat keine Augenbrauen. So ist es schwer, ihre Reaktion zu lesen, sie hat nur wenig Mimik. Wir fühlen immer eine gewisse Distanz zu ihr. Heather trifft auch auf Vincent, ein Mitglied des Kultes, der sich am Ende gegen Claudia stellt, aber trotzdem in etwa so vertrauenserwecken wirkt wie ein Clown nachts im Wald. Auch Vincent hat einen Sockenschuss. Er ist durch seine überbetonte Sprechweise ein bisschen cartoonhafter als Claudia und hat eine ganz wunderbare kleine Zeile am Ende. Großartig, echt. Ich liebe diese Line. Und er sagt vielleicht den berühmtesten Satz im Spiel. Das eine Zitat, das unter Silent Hill Fans eine Diskussion in Gang setzte, die bis heute anhält. Monsters. They look like monsters to you. They look like monsters to you? Wisst ihr, ich war nie Fan von dieser Theorie, dass alle Monster und Gegner, die Heather im Spiel sieht, in Wahrheit normale Menschen sind, die Heather nur als Höllengestalten wahrnimmt. Nee, das ist mir zu plump. Wie die Monster aussehen und dass sie überhaupt real existieren, das ist von Heathers Psyche beeinflusst. Ihren Ängsten, ihren Traumata, von dem, wer sie in Wahrheit ist. Aber wie öde ist die Vorstellung, dass wir hier sechs Stunden ein emotional verstörtes junges Mädchen in Wahrheit durch die ganz normale Welt steuern und nichts von dem, was wir auf dem Screen sehen, wirklich passiert. Und außerdem, wie muss ich mir das vorstellen? So ein grotesk aufgeblähter Block hier. Ist das in Wahrheit nur eine Oma mit einem Rollator in der U-Bahn, die ohne jeden Anlass von einem psychopathischen Teenie mit einer Eisenstange totgeprügelt wird? Sind das hier alles in Wahrheit normale Hunde? Wo kommen die alle her? Haben die keine Herrchen und Frauchen? Rennen die hier einfach so frei rum? Nee, also jeder mag ja Silent Hill so interpretieren, wie er mag. Das macht ja den Reiz aus. Aber die Du-siehst-sie-nur-als-Monster-Theorie, die finde ich lahm und unintuitiv und deswegen habe ich sie schon immer ignoriert. Die absolute Hauptrolle buchstäblich spielt aber Heather. Konami hat mit ihr vielleicht die überzeugendste und vielschichtigste Hauptfigur aller Silent Hill-Teile geschaffen. Sie ist eine großartige Protagonistin und ich mag sie sehr bis heute. Auch deswegen, weil Team Silent hier zum Glück nicht in die Falle getappt ist, ihren Teenager-Sarkasmus bis zum Anschlag aufzudrehen. Ich meine, sie ist 17, schwieriges Alter. Und natürlich ist sie schnippisch, manchmal ein bisschen herablassend. Aber wir sehen eben auch ihre liebevolle, warme Seite. Sie ist eine sehr starke, auch willensstarke junge Frau und trotzdem hat sie Angst, ist verwirrt und überfordert. Und als sie ihren ermordeten Vater findet, hat sie einen emotionalen Zusammenbruch, ohne dass sie deswegen irgendwie schwach wirkt. Ehrlich, Heather ist toll. Mir gefallen die vielen kleinen Details, die wir ganz beiläufig über sie erfahren. Sie ist offenbar so eine kleine Party-Maus, hat vor kurzem erst mit dem Rauchen aufgehört und weiß, wie sich ein Kater anfühlt. Und nebenberuflich arbeitet sie augenscheinlich als Kunstkritikerin. Kein Werk hält ihrem strengen Urteil stand. Selbst ihre eigenen Bilder kritisiert sie unbarnherzig. Heather, was hast du für ein Problem mit Bildern? Echt jetzt? Heather ist 17. Sie ist kein kleines Mädchen mehr, aber auch noch keine erwachsene Frau. Sie macht eine der intensivsten und schlimmsten Phasen des Lebens durch, die für die allermeisten Teenies wortwörtlich der absolute Horror ist. Die Pubertät. Und die bringt einen ja nicht nur hormonell und emotional durcheinander, da passiert auch mit unseren Körpern sehr viel. Wir verändern uns, da wachsen Dinge, die vorher nicht da waren. Und wir fühlen uns bisweilen wie eine willenlose, notgeile Marionette unserer erwachten Sexualität. Die Geschlechtsreife, ein ganz natürlicher Vorgang, geht einher mit extrem starken, kaum zu bändigen Gefühlen der Verunsicherung, der Überforderung. Wir fühlen Misstrauen, vielleicht sogar regelrechten Abscheu vor dem eigenen Körper. Pubertät ist Krieg gegen uns selbst. So, und Silent Hill 3 macht genau das, das Unwohlsein im eigenen Körper, die Feindschaft gegen das Fleischliche zum zentralen visuellen Motiv. Das andere Silent Hill ist durchzogen von Adern, es pulsiert, es puckert, es lebt. Wir spüren hier weniger Schaudern. Es ist nicht einfach nur unheimlich, es ist regelrecht eklig. Und jetzt wird es auf einmal entscheidend, dass Heather ein Mädchen ist. Okay Leute, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ich bin kein Psychologe, ich labere auch nur. Aber vielleicht ist es für Jungs, die fortan lebend zeugen können, doch nochmal was anderes als für Mädchen, die mit dem Einsetzen der Geschlechtsreife leben, austragen und gebären können. Was ich sagen will ist, Heather ist ungewollt schwanger. Und zwar nicht mit einem menschlichen Fötus, sondern mit einem grotesken, albtraumhaften Gott, der die Welt nach seinen verdrehten Vorstellungen formen will. Da ist ein Organismus in ihr, der wächst und immer mehr Raum buchstäblich für sich beansprucht, für den Heather nur noch der Wirtskörper ist, der am Ende keinen eigenen Willen mehr haben wird. Und plötzlich kriegt die Spiegelszene eine ganz neue Bedeutung. Heather verliert die Kontrolle über ihr Spiegelbild und damit über sich selbst. Sie wird buchstäblich angehalten, pausiert, weil sie nicht mehr Heather Mason, das Mädchen, der Teenie, die Person ist, sondern Heather Mason bald Mutter. Als wäre das alles, was sie ist. Also ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, Leben in sich wachsen zu spüren. Aber ich kann mir vorstellen, dass es manchmal viel Kraft kostet, seine Umwelt immer wieder daran zu erinnern, dass man immer noch ein eigener Mensch ist und nicht einfach nur ein Babybauch auf zwei Beinen. So als hätte man seine gesamte Persönlichkeit verloren. Ey, und selbst wenn ihr diese Theorie für kompletten Bullshit haltet, ist es immer noch einfach eine richtig geile Horror-Szene. Dass mit der Sexualität auch ungute Gefühle einhergehen können, vor allem für Mädchen, verdeutlicht Silent Hill 3 immer wieder. Der Detektiv Douglas Cartland, der Heather zu Beginn des Spiels anspricht, wirkt auf sie wie ein Stalker, wie ein schmieriger älterer Typ, der sie bis aufs Klo verfolgt. Nicht vergessen, Heather flieht lieber durch ein offenes Klofenster, als mit ihm zu reden. So unwohl fühlt sie sich in seiner Gegenwart. Sie findet ein Tagebuch, dessen Inhalt von kruden Liebeserklärungen an sie in kranke Gewaltfantasien kippt. Ich weiß, sowas gehört dem Horror-Genre zum Standard. Aber nochmals, für eine 17-Jährige, die sich jetzt darüber bewusst ist, dass ihre erwachte Sexualität bei anderen Menschen und vor allem bei Männern etwas auslösen kann, kann so ein Text hier keine Bagatelle sein, sondern zutiefst verstörend. Sowas muss einem eine scheiß Angst einjagen. Und zu guter Letzt ist es auch kein Zufall, dass Heather einen Minirock trägt. Sie kleidet sich nicht aufreizend, sie will nicht sexy und verführerisch wirken, aber sie zieht sich auch nicht mehr an wie ein kleines Mädchen. Sie zeigt Haut, natürlich, sie ist 17. Das ist Ausdruck ihrer Persönlichkeit, aber es macht sie auch in einem sehr konkreten Sinn verwundbar. Diese Verwundbarkeit, die Verletzlichkeit zieht sich durch das ganze Spiel. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Silent Hill 3 vor allem bei weiblichen Fans gut ankam. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber so wundern würde es mich jetzt nicht. Wenn wir den ganzen übernatürlichen Horror mal rausnehmen, ist Silent Hill 3 die Geschichte eines jungen Mädchens, das ungewollt schwanger wird, abtreibt und dann mit ihrer Entscheidung zu kämpfen hat, bis sie ihren Frieden mit sich selber schließt, mit ihrer Identität als junge Frau, die noch kein Kind haben will. Also ich meine, das kann man so interpretieren. Wie schon bei Silent Hill 2 denke ich, dass man auch hier einiges rausholen kann und die Entwickler viele Möglichkeiten zur Deutung bewusst nur andeuten. Aber letztendlich ist auch Silent Hill 3 ein Videospiel, das zur Unterhaltung gemacht wurde und sich gut verkaufen sollte. Ich würde sagen, der komplexe psychologische Unterbau ist auch hier eben das, ein Unterbau. Man kann Silent Hill 3 aber auch einfach nur als hervorragend produziertes Horrorspiel genießen. Und damit kommen wir jetzt endlich, endlich mal zum großen Knackpunkt des Spiels. Es macht so viel richtig, es sieht geil aus, es klingt super, das Gameplay wurde gegenüber den Vorgängern nochmal ein bisschen verfeinert. Es gibt uns endlich einen emotionalen Abschluss zur traurigen Geschichte von Harry Mason aus Teil 1. Klingt doch alles nach einem Home Run. Also warum ging Silent Hill 3 in der öffentlichen Wahrnehmung so unter? Ich glaube, die kürzeste und einfachste Antwort ist, weil es vorher Silent Hill 2 gab. Wir haben im letzten Video ja lange über Silent Hill 2 gesprochen, das muss ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Aber ich glaube, dass Konami aus Silent Hill 2 die exakt falschen Lehren gezogen hat. Der Konzern hat nicht realisiert, was für einen Meilenstein sie da produziert haben, was für ein Kunstwerk, das bis heute diskutiert wird. Dafür braucht man Geduld und eine gewisse Gelassenheit, nicht wahnhaft nur auf Verkaufszahlen zu schielen. Aber stattdessen hat irgendein Komitee eine Performance Review von Silent Hill 2 vorgelegt bekommen und auf der stand, es hat sich nicht mehr so gut verkauft wie Teil 1 und viele Leute wollten lieber ein direktes Sequel. Nicht vergessen, die ersten Reaktionen auf Silent Hill 2 waren nicht überall positiv. Und Konami tat vermeintlich das einzig Richtige, um die Serie zu retten und es war doch genau das Falsche. Es ging auf Nummer sicher, eliminierte so ziemlich jedes kreative Risiko, feilte alle Ecken und Kanten ab und gab den Fans einfach mehr von dem, was sie kannten und haben wollten. Silent Hill 3 fühlte sich zum ersten Mal wie eine kalkulierte Auftragsarbeit an, wie ein Produkt, für das weniger Kreativität und Originalität verantwortlich waren, sondern die Marktforschung. Silent Hill hat bis dahin radikal sein eigenes Ding gemacht und sich gerade so seine Nische geschaffen. Teil 1 war die Geburtsstunde des psychologischen Horrors im Mainstream und etablierte bis heute geltende Konzepte wie eben das andere Silent Hill und wie es aussieht. Teil 2 war ein introspektives psychologisches Drama, das Motive aus Teil 1 aufgriff, ansonsten aber für sich selber stand und in sich abgeschlossen war. Und Teil 4, The Room, der nur ein Jahr nach Teil 3 auf den Markt kam, bei aller Kritik und ja, wie gesagt, das wird das letzte Video in dieser Reihe, aber also es hat so einiges verguckt, aber es hat wieder die komplette Reihe auf den Kopf gestellt, wieder was ganz anderes gemacht und sich nicht drum geschert, ob das jetzt die großen Verkaufserfolge verspricht. Jede Episode hat ihren ganz eigenen Charme, ihren eigenen unverwechselbaren Charakter mit Schrohlen und Macken. Nur Teil 3 will es allen recht machen. Perlen in Austern bilden sich, wenn Parasiten in sie eindringen, die den Organismus bedrohen. Die Perle produziert Perlmutt, das legt sich nach und nach um den Eindringling und so entsteht dann eine wunderschöne, wertvolle Perle. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich damit hinaus will, oder? Es ist oft, nicht immer, aber oft, das Unperfekte, das Ungeplante, das ein Kunstwerk erst wirklich besonders macht. Kalkulierte Schönheit ohne Ecken und Kanten erfreut vielleicht das Auge, aber sie ist auch berechenbar, erwartbar, langweilig, bringt nichts in uns zum Schwingen. Und ich glaube, das ist das, was Silent Hill 3 fehlt, dieser Mut zum Anderssein, das Selbstbewusstsein des von sich selbst Überzeugten. Klar ist Silent Hill 3 nicht perfekt. Die Bosskämpfe sind in bester Serientradition, weder mechanisch noch inszenatorisch der Brüller. Und obwohl Heather eine toll geschriebene Protagonistin ist, hat sie doch ein paar Zeilen, die völlig unpassend sind, wie die hier. I'll get you for this! Buh? Heather? Is that you? Death to all, who drown their banks on God! Is every person here a mental case? Well, I guess you're not a person anyway. Ja, genau. Ein sarkastischer Spruch ist die korrekte Reaktion auf ein Horrormonster aus der Hölle, das einem ans Leder will. In manchen Zeilen von Heather merkt man dieses Schielen auf den Massenmarkt, das Flirten mit dem Kommerz, ironischer und traurigerweise am meisten. Das Ende von Silent Hill 3 ist in einem gewissen Sinne das bizarrste von allen Silent Hills und ein gigantischer Griff ins Klo, zumindest für mich. Nach dem apokalyptischen Kampf gegen einen leibhaftigen Gott, nach dem Tod ihres Vaters, nach dem Zusammenbruch ihrer kompletten Lebenswelt, nach Terror und Traumata, die sie wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens nicht mehr loslassen werden, macht Heather einen lahmen Metajoke. Gefolgt von einem ultraschlechten, ich wollte dich nur ein bisschen erschrecken, lol, Kinderwitz. Und nein, sie ist hier nicht besessen, der böse Gott ist tot, alles ist gut, also gut. Und sie bedroht einen verletzten, verängstigten alten Mann mit dem Tod, weil das so hart witzig ist. Hä? Und ihr letzter Satz im Spiel, der letzte Satz des ganzen Spiels ist ein Blondinenwitz. Ernsthaft. So endet Silent Hill 3. Ich bin absolut überzeugt davon, dass irgendein Executive bei Konami dem Team gesagt hat, hier, mach das mal mehr wie Resident Evil, die verkaufen aber viel mehr als wir. Und das hat Team Silent gemacht. Nicht im Gameplay, nicht im Spektakel, sondern in so kleinen, völlig unpassenden Momenten, die dem Publikum gefallen sollen, aber innerhalb dieser Geschichte nahezu null Sinn machen. Ernsthaft, mach die Augen zu und hör diesen Satz nochmal. Ich weiß nicht. Du denkst, dass Blondes mehr Spaß haben? Das klingt doch nicht nach Silent Hill. Das klingt nach der letzten Einstellung in einem Resident Evil, bevor unsere coolen Dudes und Dudettes in einem Helikopter Richtung Horizont ballern. May I remind you that you're still on duty? Story of my life. Ach ja, und Akira Yamaoka ist ein Genie, keine Frage. Aber das wunderschöne Motiv aus Silent Hill 1 mit so grottenüblen Lyrics zu verschandeln, war jetzt nicht seine beste Idee. Vielleicht wäre Silent Hill 3 ganz anders aufgenommen worden, hätte es nicht vorher Silent Hill 2 gegeben, das ja bis heute alles überschattet. Ich hatte damals schon beim Zocken die ganze Zeit gedacht, ja, cool alles, aber es ist eben kein Silent Hill 2. Und wenn Teil 3 mal gelegentliche Anspielungen auf Teil 2 macht... Das war's für heute. Who would even think of doing something so disgusting? James, you made me happy. I never had a chance to tell you to tell you how happy you made me. Dann ist das ein nettes kleines Bonbon für die Fans. Aber es unterstreicht auf schmerzliche Weise besonders deutlich, dass Silent Hill 3 einfach nicht in derselben Liga spielt. Es ist eine Fortsetzung, ein Sequel, das weder so bahnbrechend und innovativ wie Teil 1 noch so tiefgründig und eigensinnig wie Teil 2 ist. Und es wirkt emotional einfach nicht so stark nach. Man muss sich das mal klar machen. Harry Mason stirbt, unsere Hauptfigur aus Teil 1. Das müsste eigentlich auf jeder Liste mit den krassesten Schockerszenen in Videospielen ganz oben stehen. Stattdessen erinnert sich kaum noch jemand dran. Weil wir das eben nicht sehen brauchten. Auch wenn wir das früher vielleicht dachten. Silent Hill 1 war abgeschlossen. Es hat vielleicht nicht alle Fragen beantwortet und einiges der Interpretation eines jeden Spielers selber überlassen. Aber die Geschichte war zu Ende. Und es war gut. Dann kam Teil 2, bam. Nach und nach sind alle durchgedreht. Es hat alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen und aufgesaugt wie ein Feuer in einem Raum den Sauerstoff. Es hat den ersten Teil fast ausradiert, was die allgemeine Wahrnehmung anging. Ja, und dann kommt Konami und zieht uns am Ärmel zurück zu Teil 1. Ja, war ja alles toll, aber vergesst jetzt James und Mary und Pyramid Head. Hier, Harry Mason, Cheryl, der Kult. Das wollt ihr eigentlich, ne? Stimmt's? Und wir haben ausweichend gelächelt und pflichtschuldig das Pad in die Hand genommen und ein gutes Horrorspiel bekommen. Aber nach den sechs Spielstunden fühlten wir uns irgendwie leer, unbefriedigt, ernüchtert. Das war also Silent Hill 3. Okay. Konami wollte mit Silent Hill 3 alles richtig machen und hat doch den Anfang vom Ende eingeläutet. Teil 3 war ein guter, aber kein überragender Erfolg und konnte weder in Sachen Verkaufszahlen noch mit seinem Einfluss auf die Popkultur dem ewigen Konkurrenten Resident Evil Paroli bieten. Ich hab's ja schon im letzten Video gesagt. Konami hat Silent Hill die Reihe nie wirklich kapiert, was sie so besonders machte, weshalb sie so viele Fans hatte. Und das merkte man ironischerweise zum ersten Mal und am stärksten mit Teil 3. Einem tadellosen Sequel zu einem beliebten Vorgänger, für das viele Studios getötet hätten. Das ist schon irgendwie bizarr. Für uns bleibt nun also nur noch Teil 4, den wir besprechen müssen, aber das machen wir dann im nächsten Video. Ich kann aber jetzt schon mal sagen, Silent Hill 4 The Room ist vermutlich das seltsamste und schrägste und beknackteste und eigenwilligste der vier Originalspiele. Freut euch drauf. Und bis dahin verabschieden wir uns von Heather, ich meine Cheryl Mason. Du warst eine tolle Hauptfigur, nur leider zur falschen Zeit am falschen Ort. Die Welt ist halt manchmal, Entschuldigung, scheiß ungerecht. So, das war wieder meine viel zu lange Einlastung zu Silent Hill 3. Ich habe es am Anfang gesagt, ich dachte echt, es wird das kürzeste Video von allen Silent Hill Videos, weil zu Silent Hill 3 kann man nicht viel sagen, aber dann gab es ja doch ein bisschen was. Schreibt mir wirklich sehr gerne in die Kommentare, was ihr von meiner Analyse haltet, also diese ganze Schwangerschaftspubertäts-Sexualitätsgeschichte. Seht ihr das ähnlich? Haltet ihr das für einen kompletten Blödsinn? Habt ihr Silent Hill 3 immer völlig anders interpretiert? Ja, lasst uns drüber quatschen. Ich hatte auf jeden Fall wieder viel Spaß mit diesem Video, ganz im Ernst, also es macht echt immer großen, großen Spaß, eure Kommentare zu lesen. Wenn euch diese besonders dicken Silent Hill-Dinger gefallen, ja, dann macht es mir natürlich auch besonders viel Freude, wenn ich merke, dass das bei euch gut ankommt. Deswegen haltet euch also nicht zurück, nutzt die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal wieder eben, wenn wir über Silent Hill 4 The Room sprechen. Fragt mich nicht, wann das sein wird, es dauert, glaube ich, ein bisschen, aber ihr kriegt es definitiv mit. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit, es macht immer wieder viel Freude, für euch Videos zu machen. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.